Konami mit einer doofen Maus Kojima Productions mit noch einer doofen Maus Platinum Havok Krivar NVIDIA Ja Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und zwar spielen wir Metal Gear Solid Rising Revenge Es ist jetzt was für ein Teil warte mal es gab Metal Gear 1 2 Solid 1 2 3 4 und Peace Walker also das ist jetzt der achte Teil in der für mich der Serie die zur Hauptstory gehört es gibt natürlich noch weitere aber die sind halt nicht so von mir da gibt es zum Beispiel Axt oder sowas deshalb lasse ich das in Ruhe so ich habe da schon mal ein Spiel schon angefangen um die ganzen Einstellungen zu bekommen und ich habe ein bisschen reingespielt um zu gucken ob mir das ob man das aufnehmen kann ich habe mir gesagt ja das nehme ich auf language deutsch schön Kamera music ist mir alles egal obwohl Soundeffekt und music stell ich ein bisschen runter so und dann Controller Type A was ist denn B C D ok ich bleib bei A so Graphic Settings Options Badness Quality Nein Blur Shadows alles ok gut dann yes ok was ist jetzt los ah gut gut dann spielen wir mal die Kampagne neues Spiel und wir spielen auf einfach ich habe am Anfang schon gemerkt dass es für mich ziemlich schwer ist weil es ein Action Spiel ist und damit kann ich nicht so gut und deshalb sage ich mal wir spielen auf einfach automatische Abwehrfunktion nein komm so einfach wollen wir es dann nicht und wir spielen das Tutorial auf jeden Fall denn wer weiß wie es so los geht so so So. Okay. Und das ist Ninja-Lauf. Gut. Das ist so wie bei Assassin's Creed. Zack, zack. 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 Okay. Gut. Ninja-Lauf. Okay. Schön. Also das ist... Zack. Und dann... Cool. Boah. Ist das jetzt der Ernst? Ah. Zack. Zack. Gut. Das haben wir hinbekommen. Schön. Nächste Tutorial-Mission. Now then. Let's run a basic battle-diagnog. Try and neutralize all the enemies that appear. Okay. Äh, ja. Hallo. Wow. So starker Angriff, schwacher Angriff. Gut. Also. Das ist der Modus. Das ist der Ninja-Raum. Okay. Okay. Gut. Gut. Ich hab verstanden. Hoffe ich. Ja. Bombat is not all offense however. You also need to protect yourself. First, follow the direction of the enemies attack. Parry those attacks by executing light attacks of your own in the same direction. This is how you parry. It is the keystone of your defense. Okay. Äh, ja. Also, LS. Die Richtung. Dann greif mich an. Okay. Schön. Hallo. Ich möchte doch den angucken. So. Also, ich muss ihn jetzt nur abwehren. Hm. Okay. Gut. Ich habe es, glaube ich, verstanden. Mal gucken. Ich habe es, glaube ich, verstanden. Okay. Okay. Okay Da hab ich's gerade Geschafft Gut, ich hoffe mal Ich weiß jetzt wie ich das Ding spiele Dann fangen wir mal an Und wir gucken ein Wunder Naja Hübsches Wundervideo an Ja, das spielt übrigens jetzt nach Metal Gear Solid 4 Und wir spielen Ninja Riden Das ist ein Lightning Malt Just doing our job, Mr. Prime Minister I must admit, I once thought of groups like yours as opportunists Enablers of war But you've trained our new army well Order has returned sooner than expected Perhaps I was wrong about these Private military companies We prefer private security providers, sir Most of Maverick's contracts do focus on security Yes, well, the security can be many things Oh yeah There's a saying I like One sword keeps another in the sheaf Sometimes the threat of violence alone is a deterrent Sometimes by taking a life, others can be preserved It's the code the samurai lived by Hmm A soldier and a philosopher You are full of surprises, Mr. Lightlingel I could say the same about you, Mr. Prime Minister Mr. Prime Minister What's happening? Someone's blocking a late vehicle Hold on Clear the road! This is official state business! Um, yeah Oh I said, clear the road! We're authorized to use force if you do- Oookay Hey, you're not allowed to use force if you do- I'm not allowed to use force if you do- This is the best to- You turned Turned back Oh Ah Oh 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 my god Oh oh ya Open fire! Who was that? A cyborg. One of our competitors? Courtney, what is happening? We got hit, sir. A cyborg. Close! Exit comes up unaffiliated. I'll notify all checkpoints. Get Almighty out of there. Yes, sir. Okay. We are going to die. Stay cold. He's got friends on our 12. Raiden. I'm on it. Going to Prime Minister. Yo. Hehehe. Entschuldigung. Let's get this over with. Wohohoho. Geil. Ja. Hey. Wieso? Mein Controller hat sich ausgestellt. Raiden. You'll need to choose between light and heavy strength to match the situation. Take self-repair units from your foes to replenish your own supply. You little. kiwi- mutter